Ihr müsst an den imperialen Stellungen vorbei, um die Tibana Gasgeneratoren zu zerstören. Solange der Traktorstrahl aktiv ist, kommen unsere Schiffe nicht von hier weg. Halte die Augen nach deinen linken Einheiten ab! Gute Arbeit! Und jetzt haltet uns die imperialen Truppen zum Leib! Feindliche Einheiten im Anmarsch! Der Feind hat uns aufgehalten. Wir müssen die Sprengladungen wieder scharf machen. Abonnieren! Wir haben eine Sprengladung scharf gemacht. Bleibt in der Nähe. Wir haben eine Sprengladung. Sie sind gesichtet. Stürmtreppen im Kampfgebiet. Geschafft. Wir haben einen Tiberner Gasgenerator zerstört. Lasst jetzt nicht nachkommen. Die Sto-Truppen sind in der Überzahl. Wir haben eine Sprengladung. 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 Die Sprengladung ist in der sticks. Wir haben eine Sprengladung. Sie sitzen auch mit einer Sprengladung. Die Transportgeschäfte müssen jede Minute eintreffen. Die Transportgeschäfte müssen jede Minute anbieten. Das war's für heute.